Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Da findet es Berger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Fikmica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Ziel aus. Und der Volk für Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Hallo, schönen guten Abend. Ja, kristallklar hört ihr den Sebastian auf einmal. Wir probieren nämlich heute was ganz Neues aus. Wir haben uns neue Technik angeschafft, die man hoffentlich jetzt auch wahrnimmt und sich denkt, mein Gott, klingen die gut. Wenn dem so ist, dann lasst am besten bei iTunes mal eine Bewertung dar. Oder gebt einen Daumen auf YouTube, wie die Kids das heutzutage sagen. Ja, warum sind wir schon wieder da? Denn eigentlich haben wir ja angekündigt, dass wir in eine Sommerpause gehen. Es gibt dann doch so ein paar Themen, die wir heute besprechen wollen. Zunächst war von meiner Seite ausgeplant, heute die erste Transferausgabe aufzunehmen und dann zu veröffentlichen. Aber aufgrund dessen, dass mich das U19-Finale gestern in Groß Asbach so begeistert hat und es eine Presserunde gab mit Wolfgang Dietrich, Stefan Haim, Joachim Röttgermann, Sven Mislintat und Thomas Hitzisberger, dachte ich mir, frage ich doch mal den Sebastian, ob der nicht am Samstag, katsch, am Montagabend sich ein paar Minuten Zeit nehmen kann, um über diese Themen mit mir zu sprechen. Und Sebastian, du hast Ja gesagt. Genau, ich hatte Zeit, ja. Das freut mich, denn, ja, also dieses U19-Finale, wenn wir damit mal anfangen können, hat mich doch schon nachhaltig begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht, wie viele U19-Spiele du jetzt live gesehen hast und vor allem aufmerksam live geschaut hast, aber wirklich so intensiv habe ich, glaube ich, noch nie ein U19-Spiel verfolgt. Weil wenn ich sonst, ja, einfach im Robert-Stien-Stadion oder so mal zugucke, dann muss ich ganz ehrlich sein, bin ich nicht ganz so aufmerksam. Ja, da quatscht man mal mit ein paar Leuten, isst eine Rote, trinkt ein Bier und ist irgendwie ein bisschen abgelenkt. Aber aufgrund, ja, der Brisanz in diesem Duell und natürlich, weil es auch das Finale ist um die Deutsche Meisterschaft, war der Fokus dann doch schon deutlich auf das Spiel gelegt und nicht auf andere Begleitumstände. Und ich muss sagen, die Jungs, alle eigentlich, auch die Dortmunder, haben mich nachhaltig begeistert. Also, ja, erstmal die Frage, vielleicht vorneweg, war das jetzt dein erstes U19-Spiel, das du live gesehen hast oder warst du schon häufiger mal dabei, wenn die U19-Spiele hatte? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe sie halt Anfang des Jahres in der Halle gesehen, wo man die U19 halt vom VfB dann beim Mercedes-Benz Junior Cup mitkickt. Da habe ich sie so ein bisschen verfolgt und kannte auch die Spiele, aber ich habe jetzt tatsächlich noch kein Draußenspiel von denen in dieser Saison gesehen. Und ja, mir ging es da wie dir. Also, einmal war ja natürlich das Setting perfekt. Man sitzt da in Großasbach, wir waren ja relativ weit vorne, sitzt man, ja, 1,50 Meter von der Seitenauslinie entfernt. Ich bin sehr gut mit und spürte dann auch da die Dynamik und den Zug, der drin ist. Und ja, dazu noch das Wetter und dann war das Ding auch noch ausverkauft, glaube ich, noch mit 8.000. Also, das war schon ein richtig großer Fußballnachmittag, dann auch am Ende mit acht Toren in 90 Minuten. Also, das war ziemlich beeindruckend in allen Bereichen. Ich glaube, ganz ausverkauft war es offiziell nicht. Aber ich frage mich, wo die restlichen 2.000 Leute hätten hinpassen sollen. Genau, das sah sehr ausverkauft aus auf jeden Fall, ja. Also, ich glaube, offiziell passen 10.000 Leute in die Mechatronik-Arena, die eigentlich dann, wenn man vor Ort ist, gar nicht so wie in der Arena rüberkommt. Aber was heißt drum? Überall ein Stadion mit zwei offenen Ecken dann Arena zu nennen, das ist halt schon ziemlich vermessen. Und ich verstehe das nicht, ich meine, Groß Asbach inszeniert sich ja auch selbst dann so als Dorfklub. Und du kannst auch als Dorfklub dann dein Stadion nicht Arena nennen. Also, das finde ich irgendwie etwas seltsam. Und dafür, dass das Ding da irgendwie mitten im Wald steht und so weiter, total nett und so. Das war ja wirklich schön. Aber der Begriff Arena lässt einen dann immer mit den Schultern zucken. Ja, das war, ich sag mal, gehobene Sportplatz-Atmosphäre. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich Groß Asbach gedacht hat, ja, die Markenrechte, die vergehen wir jetzt hier für die nächsten 10, 15 Jahre. Und wer weiß, was noch passiert. Also, es ist ja nicht auszuschließen, dass es wirklich mal zur Arena wird. Und dann steht der Name eben schon. Da müssen sie aber noch ein paar Parkplätze bauen, glaube ich. Die Leute, die da nicht auf dem Acker parken müssen, weil bei Regen stelle ich mir das äußerst kompliziert vor. Ja, ich konnte ja, ich glaube, auf Instagram mitverfolgen, wie du dich clever auf den Weg gemacht hast zum Stadion. Nämlich zunächst per Auto und dann die letzten Kilometer per Fahrrad. Wären da nicht die Waldwanderer gewesen, die dann, glaube ich, so ein bisschen hinderlich waren auf dem Fahrradweg. Ja, aber das war okay. Also, wir konnten dann da so ein bisschen hinterher rollen. Aber allein schon irgendwie über so einen schmalen Waldweg dann zum Stadion zu gehen, das hatte schon was. Und unsere Strategie ist auch völlig aufgegangen. Also, an einem Tag wie gestern kann man das ja sowieso mal machen. Aber wir haben da wirklich ziemlich weit außerhalb geparkt, in so einem Industriegebiet, wo wirklich niemand war. Und sind dann da die letzten fünf Kilometer mit dem Rad zum Stadion gefahren. Und das war richtig gut. Also, ich bin ja zunächst mit einem Riesenproblem aufgewacht am Sonntagmorgen. Nämlich hatte ich kein Auto. Meine Frau hat das Familienauto eingefordert. Ein zweiter Wagen stand aufgrund technischer Defekte nicht zur Verfügung. Und dann musste ich erst mal gucken, wo ich jetzt ein Auto herbekomme. Und habe mir das von meiner Mutter geborgt. Habe dann noch den auf Twitter bekannten I am Thief mitgenommen. Und dann sind wir ab nach Großasbach gedüst, über wirklich jedes Kaff. Also, ich bin froh, dass es Google Maps gibt. Denn, also, es ist schon beeindruckend, was es alles für Wege gibt, die man sonst nie finden würde. Und die letzten zwei Kilometer sind wir dann, oder haben wir zu Fuß zurückgelegt. Und das war eigentlich auch ganz in Ordnung. Ja, es war halt saumäßig warm. Aber, ja, wenn du dann in Begleitung bist, ein bisschen reden kannst, dann geht die Zeit relativ schnell vorbei. Und man ist am Stadion. Ja, und dann kann ich eigentlich nur dem zustimmen, was du auch schon gesagt hast. Die äußeren Umstände waren hervorragend. Außer, dass ich ein bisschen zu lang in der Sonne saß. Also, ich habe heute schon einen heftigen Sonnenbrand davon getragen. Denn die Reihe 1, ja, gerade auf meiner Seite, die hat wirklich die komplette erste Halbzeit die pralle Sonne abbekommen. Und ich war ganz froh, dass ich in der zweiten Halbzeit dann unter das Dach huschen konnte. Und das muss man vielleicht auch noch kurz sagen. Es waren wirklich viele Leute da, die man sonst nur aus irgendwelchen Twitter-Konversen, Moment mal, aus irgendwelchen Twitter-Unterhaltungen kennt. Und, genau, das sind wahrscheinlich die Überbleibsel vom Hitzeschlag, den ich gestern erlitten habe. Der sei mir hier bitte verziehen. Und, ja, war schön, die ganzen Leute mal zu treffen. Ich glaube, ich habe auch die Kesselhelden gesehen. Ich traute mir nur nicht kurz was zu sagen, weil es ist ja immerhin eine Frau. Und ich kann ja nicht irgendeine Frau ansprechen. Vor allen Dingen dann, wenn da Kinder mit dabei sind. Nachher ist es die Falsche. Ja, also, deswegen habe ich mich nicht so richtig herangetraut. Aber wenn es die richtige war, neben dem Tomala, dann sei sie hier nochmal explizit gegrüßt. Und, ja, das nächste Mal, da sagen wir auch mal Hallo. So, jetzt aber mal zum Spiel, das uns ja wirklich begeistert hat. Vor allem die erste Halbzeit fand ich sehr unterhaltsam. Natürlich, ja, großartig gespielt von unserem VfB. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte gar nicht so sehr das Gefühl, dass es da so einen extremen Unterschied gab zwischen Profimannschaft und U19. Also gerade was Tempo anging in der ersten Halbzeit. Und wenn man sich überlegt, was du da für Temperaturen hattest, fand ich das schon sehr beeindruckend, was unsere U19 da auf den Platz gebracht hat. Dazu kommt, dass mir die Dortmunder im Vergleich auch irgendwie ein bisschen erwachsener vorkamen. Ich weiß nicht, wie ging es dir da? Hattest du auch das Gefühl, dass da die Herren gegen die U19 spielen? Also die Dortmunder waren schon die deutlich robustere Truppe, oder? Ja, jetzt von der Statur her, vom Körperlichen her, waren die Dortmunder sicherlich dann, ja, gefühlt wirklich war da ja jeder am Kopf größer. Der Abwehrschäfter sah ja aus, als ob er irgendwie 2,10 Meter groß wäre. Und da hatten sie halt einige von drin, während es beim VfB dann eigentlich nur auf Aydonis zutrifft. Wenn du den halt hinten drin siehst, dann ist der einfach nochmal am Kopf größer als seine Nebenmänner, wo du denkst, dann kann er halt auch bei den Profis schon mal mitspielen und fällt da halt nicht groß auf. Und bei der U19 fällt er halt auf, weil er dann doch einer der robustesten ist. Aber sonst hat der VfB schon relativ viele Spieler dann auf dem Platz gehabt, die ja körperlich jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so robust aussahen, es aber dann trotzdem waren. Und vor allen Dingen dann auf der anderen Seite hatten sie aber, so nach meinem Dafürhalten, immer einen leichten Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der Dortmunder Defensive, die dann doch auch ein bisschen hüftsteif dann teilweise war. Und die Stuttgarter sind dann ja auch wirklich immer den Bällen nachgegangen, haben sofort wieder gestört und haben da ja auch viele Bälle gewonnen. Und dann auch das 3-1 zum Beispiel genau so erzielt. Also mir kamen sie halt einfach so ein bisschen wuseliger, schneller vor, also sowohl auf dem Bein als auch im Kopf. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja, also die erste Halbzeit war wirklich beeindruckend. Das Pressing, das Tempo, das dann im Spiel war, das war einfach herausragend. Und es war kein Zufall, dass man mit 3-1 in die Halbzeit gegangen ist. Natürlich das frühe Tor hat dem VfB so ein bisschen in die Karten gespielt. Aber wenn man da so einen Ecklauf sieht mit seinen 16 Jahren, was der da abzieht, einfach auch Eric Hottmann hat mir sehr gut gefallen in dieser Partie. Lea und Dayaku, ach, du kannst fast jeden nennen. Also die erste Halbzeit war einfach herausragend. Und es sah danach aus, als ob der VfB hier der erste U19-Klub wird, der das Double holt in Deutschland. Aber ja, es sollte nicht sein. Denn in der zweiten Halbzeit passierte was. Ich glaube, das ist fast normal in dieser Jugendbereich-Ebene, dass dann mal so ein Aussetzer vorkommen kann von einem eigentlich sehr guten Spieler des VfB Stuttgart, nämlich Per Lockel, der einfach einen technischen Fehler macht. Und davon profitieren die Dortmunder. Nehmen Per den Ball ab. Und ja, dann hat im Endeffekt Luca Mack die Wahl zwischen roter Karte. Und ich überlege gerade, welcher Dortmunder das war. Ich glaube, das war das große Ausnahmetalent Ferrei, der den Ball hatte. Ja, ob er ihn jetzt frei zum Abschluss kommen lässt oder eben dann foult. Und er hat sich fürs Foul entschieden, bekommt dann die rote Karte. Im Nachhinein würde ich sagen, hätte er ihn durchgehen lassen. Und es wäre es 3 zu 2 von mir ausgefallen, glaube ich, dass die Chancen größer gewesen wären, dass wir das Spiel trotzdem noch nach Hause bringen. Aber das weiß er natürlich in so einem Moment nicht. Es war einfach unglücklich. Ja, klar, der entscheidet da in Bruchteilen von Sekunden und will, glaube ich, den auch auf keinen Fall durchkommen lassen. Ist ja klar, das ist ja so sein Instinkt als Abwehrchef dann halt. Aber klar, so im Nachhinein und so ganz nüchtern analysiert, müsste man sagen, hey, gib ihm den Abschluss. Weil Sebastian Hornung hat irgendwie gestern auch, fand ich, super gut gehalten. Also der war ja total sicher, hat dann auch in der ersten Halbzeit ja nochmal einen Kopfball rausgeholt, der auch hätte drin sein können. Also vielleicht wäre das sogar zur Stelle gewesen. Aber ansonsten, klar, spielst du halt dann stets 3 zu 2. Aber du hast halt noch elf Mann auf dem Feld. Und das hat sich ja dann wirklich bitter gerecht, diese Unterzahl, weil das war auch dann der Hitze geschuldet zum einen. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass der VfB halt kein Rezept dafür hatte, wie man jetzt in Unterzahl das Ding irgendwie noch über die Bühne bekommt. Weil eigentlich war es dann relativ schnell klar, für mich jedenfalls, das wird eigentlich nichts mehr. Das sei denn, man hat wahnsinnig viel Glück. Aber es lief dann alles drauf hinaus, dass die Dortmunder halt wirklich die drei Tore noch schießen, weil vom VfB dann ja einfach gar nichts mehr kam. Hattest du das Gefühl, dass Stuttgart in der ersten Halbzeit vielleicht zu viel Körner liegen lassen hat, also einfach zu viel investiert hat und dann die Puste ein bisschen ausging? Weil mir ist das zum Beispiel bei dem später ausgewechselten Ecklauf aufgefallen, dass der so ab der 40. Minute schon ein bisschen nachgelassen hat und in der zweiten Halbzeit eigentlich überhaupt nicht mehr zur Entfaltung kam, bis zu seiner Auswechslung. Ich weiß nicht, ob sie da zu viel reingeworfen haben. Also ich dachte eigentlich, zur Halbzeit ist das eine relativ sichere Sache. Das kann man quasi schon eintüten, das Spiel vor allen Dingen, weil ja dann Dayaku kurz nach der Halbzeitpause auch die Chance zum 4-1 hat. Der Schuss, der da relativ knapp vorbeigeht. Und ich glaube, das wäre es dann ja auf jeden Fall gewesen. Ich weiß nicht, ob da dann die Kraft fehlt oder vielleicht auch so ein bisschen eher die Cleverness, dass man halt so ein 3-1 dann in Unterzahl irgendwie versucht runterzuspielen. Also für mich war das dann eher Cleverness als eher die Kraft. Ja, und was natürlich auch ein Problem war, Eckloff musste dann runter. Für ihn kam ein weiterer Innenverteidiger in die Partie, weil Mack natürlich hinten fehlte. Und ich glaube, das war wirklich der Knackpunkt, weil dann im Mittelfeld einfach dieser Wirbelwind, muss man ja fast schon sagen, Eckloff gefehlt hat und man sich selber natürlich so ein paar Kontermöglichkeiten beraubt hat. Und das ist dann schon brutal aufgefallen, dass der VfB überhaupt nicht mehr für Entlastung sorgen konnte. Und ja, so gut wie das in der ersten Halbzeit lief und so beeindruckend, wie das war. So, ja, so traurig war es dann letzten Endes ab der 57. Minute, als dann das 3-2 gefallen ist. Und wie du schon sagst, eigentlich hat man fast schon gespürt, dass das hier wahrscheinlich doch noch schief geht, obwohl es sehr deutlich aussah, die ersten 50 Minuten. Was mir auch noch aufgefallen ist, war nach dem 3-4, also, ich weiß gar nicht, 80. Minute, war Hottmann derjenige, der wirklich seine Mitspieler dann nochmal richtig heiß gemacht hat. Und das hat mir auch gut gefallen, weil das ja auch ein Spieler ist, der jetzt wahrscheinlich sich überlegen muss, wie geht es für ihn weiter. Ich weiß nicht, ob die U21 eine Option für ihn ist oder ob er ein Kandidat für einen Profikader ist. Schwer zu sagen, kann ich nicht einschätzen. Aber zumindest fand ich das beeindruckend, dass er dann der Einzige war, der seine Kameraden, die wirklich am Boden lagen, also, du hast einfach gemerkt, das hat die jetzt wirklich total umgehauen, dieser späte Rückschlag. Er war derjenige, der es versucht hat, die Jungs nochmal aufzurichten. Also, da scheint jemand zu sein, der natürlich dann auch vorweg geht. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass es in solchen Momenten einen Spieler gibt, der sagt Kopf hoch, weiter geht's. Wir haben noch 10 Minuten. Und ich fand, sie haben es dann wirklich nochmal versucht. Sie hatten ja nochmal eine Riesenchance kurz vor Schluss, dass das 4 zu 4, ja, genau. Und da haben wir ein bisschen Pech gehabt. Dann der Kontergut, das passiert halt einfach, wenn man aufmacht. Ja, was nehmen wir mit aus diesem Finale? Eigentlich viel Positives, oder? Also, die U19 macht Lust auf mehr, muss man fast schon sagen. Ja, absolut. Ich meine, das fällt einem, ich sag mir natürlich, also, das ist eine Reaktion, die kommen ja alle beiden Profis, die müssen alle jetzt hochgezogen werden. Das fällt natürlich ein bisschen schwer, wenn U19 gegen U19 spielt, da den Maßstab zu finden. Also, wie gut sind die wirklich? Wir haben es bei Adonis gesehen, der kann Bundesliga spielen, fällt da zumindest mal in der kurzen Zeit nicht unangenehm auf. Also, der ist einer mit Potenzial. Der Jakob gilt wahrscheinlich dasselbe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch zwei, drei andere sind, bei denen man das versuchen könnte. Aber klar, die U21, die dann halt jetzt in irgendwelchen niederen Klassen kickt, die ist halt echt ein Problem, so für Leute, die halt für die Profis noch keine Option sind. Weil da müssen die sich jetzt wirklich entscheiden, wie es dann für die weitergeht. Das ist, ja, eine etwas ungute Situation, finde ich. Aber ansonsten hat Fußball trotz der Niederlage immer wieder Spaß gemacht. Also, nicht nur wegen des Wetters. Aber es war, ja, in der ersten Halbzeit wirklich ein berauschendes Spiel mit vielen Vertikalpässen und immer steil gespielt. Schöne Kombinationen, kurz abgelegt, viel Tempo drin, Tricks drin und so weiter. Ja, das hat einfach Spaß gemacht, nachdem wir halt von den Profis da selten irgendwie verwöhnt sind und da halt gesehen haben, wie sie halt in Berlin spielen und in 90 Minuten kein einziges Tor schießen. Ja, und so hat man zumindest mal drei Stuttgarter Tore gesehen, auch wenn dann fünf im eigenen Netz lagen. Aber trotzdem, es hat mal wieder gezeigt, warum Fußball halt Spaß machen kann, weil es halt Drama ist und Action und das war einfach ein toller Nachmittag. Ja, also das kann ich so unterschreiben. Ich fand es auch sehr, sehr unterhaltsam und ja, ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn wir da nicht die deutsche Meisterschaft holen. Ganz ehrlich überwiegt für mich wirklich die Begeisterung für die Jungs, der Stolz auch fast schon jetzt für die U19, weil du halt einfach so viele hoffnungsvolle Talente dabei hast und ja, jetzt schon so ein bisschen, ich sag mal, darauf spekulierst, dass der ein oder andere vielleicht in der zweiten Liga Fuß fassen könnte. Das wird schon schwer werden. Also ich mach mir da keine, oder ich mach mir da nichts vor. Ich glaub schon, dass der Sprung schon nochmal ja, gravierend ist von den U19 hin zu den Profis. Ja, aber ich denke mal, in den nächsten Tagen wird sich da einiges aufklären. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Spieler, die ja zur neuen Saison entweder den Verein verlassen, weil sie zu einer anderen Mannschaft wechseln oder eben dann zur U21 hochgehen, manche vielleicht auch zu den Profis, nicht mit dabei sein, wenn es dann um den WFV-Pokal gegen Ulm geht. Ja, das könnte dann schon ein kleines Indiz sein, wer in Frage kommt für einen potenziellen Wechsel oder eben ja dann für den Profikader in der kommenden Saison. Also da müssen wir mal drauf achten, wie die Aufstellung dann aussehen wird, denn ja ansonsten hätten die natürlich viel zu wenig Pause, um sich dann ordentlich auch ihre erste Profisaison vorzubereiten. Also da bin ich schon ganz gespannt, wie das dann aussehen wird. Also insgesamt muss man wirklich sagen, ich kann nur jedem empfehlen, schaut euch diese U19 an, die wird auch noch in der kommenden Saison Spaß machen. Altersdurchschnitt war 18,3 Jahre, also da ist jetzt doch noch einiges zu holen und gerade so ein Ecklauf, ich glaube, das könnte jemand sein, über den es in ein paar Jahren den ein paar anderen Artikel gibt in diversen Sportzeitungen, sehr verheißungsvolles Talent. Man muss da natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, der ist 16 und das heißt jetzt noch nicht, weil er aktuell guten Lauf hat, dass er dann mal der große Topstar hier beim VfB werden kann, aber die Anlagen, das Talent und so, das ist schon beeindruckend und sieht man auch so relativ selten, muss ich sagen. Also das war wirklich schon herausragend, wie er da, du hast ja vorhin schon gesagt, gegen deutlich größere Dortmunder und robustere Dortmunder sich immer wieder durchsetzen konnte mit Technik und Schnelligkeit, das fand ich schon toll, muss ich einfach so sagen. Genau, das fand auch so eine Grundeigenschaft des VfB-Teams, also wirklich nicht körperlich, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht unbedingt auf Augenhöhe, aber trotzdem halt in den Zweikämpfen immer dabei und auch durchsetzungsstark, zum Beispiel Nick Betzner hat ja auch ein richtig gutes Spiel gemacht, wenn du den da siehst, zwischen den VfB-Hühn, da denkst du, oh je, hoffentlich tut sich der arme Junge nichts, aber der ist halt so clever, das funktioniert halt und das finde ich dann beeindruckend oder auch, auch Per Lockele ist ja jetzt kein Rieser, also der kommt ja immer so ein bisschen Askassibar-mäßig irgendwie rüber, aber der zeigt ja dann auch bei den Profis, dass man mit 1,69 Meter halt die Gegner das fürchten lernen kann, also das, man muss da nicht, glaube ich, nur Spiele haben, die 1,90 Meter groß sind, sondern da können auch andere Qualitäten das dann kompensieren und das zeigt die VfB U19 eindrucksvoll. Ja, also ich glaube, der krasseste Unterschied, den konnte man feststellen zwischen Paul Besong, der in der zweiten Halbzeit für Dortmund eingewechselt wurde und auch zwei Tore geschossen hat und eben dann gerade Lee Eckloff, der dann noch etwas kindlich rüberkommt und Besong auf der anderen Seite ist halt wirklich ein Hühne, also es gab bei Sport 1 dann nochmal so eine extra Kamera auf die Waden von Paul Besong und das war sehr beeindruckend, also das ist schon eine Granate, muss man sagen, also ich bin auch gespannt, was für den Dortmundern so den Weg in irgendwelche Profikaders finden wird. Da gab es schon ein paar interessante Spieler, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, hat sich gelohnt, viele gute Spieler gesehen, tolles Spiel gesehen, am Ende leider den kürzeren gezogen, aber wie gesagt, es war an und für sich eigentlich ein schöner Nachmittag. Und mir ist da noch was aufgefallen, da kommen wir gleich zum nächsten Thema, denn ich kann mich erinnern, auf Twitter haben wir im Vorfeld zu diesem U19-Finale immer mal wieder so flapsig gesagt, Mensch, da müssen wir auch mal einen Dietrich raus anstimmen oder dergleichen und Sebastian, es wurde sogar versucht, aber mit nicht allzu großem Erfolg. Und da sind wir gleich bei einem Thema, das ich auch noch unbedingt hier in diese kleine Sonderausgabe mit einbauen möchte, nämlich, ja ich sag mal so, der aktuelle Stand, was die Vereinspolitik angeht. Also, dass es unruhig werden könnte, war den meisten, denke ich mal, klar nach dem Abstieg und ich glaube, nicht wenige haben damit gerechnet, dass Wolfgang Dietrich irgendwann auch seinen Rücktritt verkündet oder, ja, dass der Verein sich von ihm trennt, wobei, das habe ich eher ausgeschlossen, dass der Verein da derjenige ist oder der Verein sagt jetzt Schluss. Es kam aber dann doch ein bisschen anders. Es gab am Mittwoch eine Aufsichtsratssitzung, da sollte wahrscheinlich nicht nur über Wolfgang Dietrich diskutiert werden, sondern allgemein auch, wie es jetzt weitergeht beim VfB und bevor das Ergebnis von Vereinsseite verkündet werden konnte, wie es jetzt weitergeht, hat sich der Ankerinvestor schon mal zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich fasse es jetzt einfach mal kurz zusammen, ja, für uns geht es definitiv mit Wolfgang Dietrich weiter, das ist der richtige Mann und wir müssen jetzt zusammenhalten und, ja, gemeinsam diesen, ich sag mal, erneuten Ausrutscher ausbügeln. Tja, Sebastian, wie hast du diese Pressemeldung vom Daimler empfunden? Ich finde, sowas gibt es glaube ich auch nur beim VfB, also das 24 Stunden bevor der Aufsichtsrat tagt, also es war eine turnusmäßige Sitzung, also nicht irgendwie kurzfristig anberaumt und kein Krisengipfel, aber 24 Stunden bevor der Aufsichtsrat als solcher tagt, schickt dann der, ja, der Investor, der mit 11, irgendwas Prozent in der AG involviert ist, halt eine Pressemitteilung raus und sagt, ja, wir vertrauen voll und ganz auf die Klubführung und mit Wolfgang Tietig geht es weiter und mit allen geht es weiter und das Schönste finde ich, dass er dann sogar Wilfried Port in der Daimler-Stellungnahme zitiert wird, der dann ja 24 Stunden in seiner Funktion als Aufsichtsrat dann in der nächsten Sitzung drin hockt und das ist so skurril, weil er weiß dann ja wahrscheinlich gar nicht mehr, spricht er jetzt als Daimler-Mitarbeiter oder spricht er als VfB-Vorstand, VfB-Aufsichtsrat und wir selber wissen das ja auch nicht mehr so richtig, also da zurückgehend auf sein Interview in der Zeitung, wo er sagte, Wolfgang Tietig ist genau der Präsident, den wir wollten, da hat man sich auch schon gefragt, wer ist denn jetzt wir? Ist das der VfB-Aufsichtsrat oder ist das wirklich dann die Führungsriege von Mercedes-Benz? Ja, also das fand ich hochgradig skurril, aber zeigt ja dann auch relativ schonungslos, wie die Sachen beim VfB eigentlich funktionieren. Genau, die Frage wurde jetzt letzten Endes beantwortet, wessen Präsident Wolfgang Tietig ist. Ja, ich fand es auch fast schon unmöglich, dass der Investor und mit Sicherheit auch ein wichtiger Bestandteil des Vereins, muss man ja so sagen, wie es ist, also im Aufsichtsrat haben die zwei Posten und auch sonst ist natürlich Daimler mit dem VfB eng verbunden, aber trotzdem kann es ja nicht sein, dass es so eine Pressemitteilung wenige Stunden vor dieser Aufsichtsratssitzung gibt. Also ich glaube, dass das schon nochmal so ein Posieren war oder so ein Richtungszeig von Daimler, wer hier eigentlich die Hosen anhat. Also Zufall war das mit Sicherheit nicht. Nee, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also beim VfB könnte ich mir sowas vorstellen, dass sowas zufallend nicht durchdacht ist, aber bei Mercedes kann man sich das eigentlich nicht vorstellen. Jetzt die Frage, wer auf wen da abwärbt halt. Aber insgesamt irgendwas zwischen skurril und unmöglich oder halt kühl kalkuliert, aber auf jeden Fall aus Fansicht mal wieder eigentlich ein Schlag ins Gesicht. Ja, es gab dann auch noch einen Pressetermin. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Wolfgang Wiedrich, Stefan Heim, der Herr Röttgermann, Thomas Hitzesberger und Sven Mislintat haben eingeladen und ich glaube, es durften diverse Pressevertreter ein paar Fragen stellen oder vielleicht gab es auch nur Aussagen, die sie abschreiben durften. Das weiß ich jetzt nicht. Das klang doch eher so, als ob sie einfach nur mitschreiben durften. Ja, weil überall das gleiche stammt wurde. Also es war halt wirklich überall derselbe Wortlaut. Es gab ja nie noch bei irgendeinem Verlag oder so irgendwas, was Neues, was man woanders nicht lesen konnte, sondern im Endeffekt hat man versucht, Fehler einzuräumen, allerdings immer so ein bisschen versucht, auch die Fehler auf Leute abzuwälzen, die schon nicht mehr im Verein sind. Also ich finde da ganz passend die Äußerung von Wolfgang Dietrich, die überschrieben wird mit Dietrich räumt auch Fehler ein. So, und dann sagt Wolfgang Dietrich, natürlich haben wir Fehler gemacht. Ich ganz persönlich beispielsweise, indem ich zu lange zugesehen habe, dass die Stelle des Sportdirektors unbesetzt blieb. Wir werden für diese Fehler, also jetzt auch wieder wir, für diese Fehler als Verantwortliche gerade stehen und zwar gemeinsam. So, also das ist halt, ich weiß nicht, ob er dann einen Fehler einräumt, vor allen Dingen bezieht er sich ja gar nicht auf die Kritik, die es in den letzten Monaten oder vielleicht sogar schon Jahren immer in seine Richtung gab. Also ich habe jetzt niemanden gehört, der gesagt hat, Wolfgang Dietrich hat es versäumt, einen Sportdirektor auszuwählen. Letzten Endes ist das ja auch gar nicht seine Aufgabe, sondern das sollte ja eigentlich die Aufgabe sein von Michael Reschke. Und jetzt überlege ich gerade, währenddem ich spreche, ob es dann Wolfgang Dietrich ist, der Reschke dazu bringen muss, dass er dann auch diesen Sportdirektor findet und einstellt oder ob das dann nicht eher vom Aufsichtsrat, ja gut, der ist ja eine Vorsitzende des Aufsichtsrats, also es ist schwierig, wie ich diese Äußerung von Wolfgang Dietrich wieder interpretieren soll. Sie klingt nicht falsch, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir da geht, bei allem, was Dietrich sagt, läuten bei mir alle Alarmglocken. Aber ich kann ihn nicht so richtig packen. Das ist ja die übliche Taktik, also erstmal sagt man, man hat nichts falsch gemacht, also überhaupt nichts falsch gemacht und wenn man dann merkt, die Stimmung ist schon ziemlich explosiv und so richtig hundertprozentig sauber komme ich aus der Nummer einfach nicht raus, dann gebe ich halt einen Fehler zu, den mir aber niemand vorgeworfen hat. Also man kann sagen, ja wir brauchen schon ewig einen Sportdirektor, aber schon vor Dietrichs Zeiten eigentlich, aber das hat ihm ja wirklich niemand vorgeworfen. Man wirft ihm ja ganz andere Sachen vor und zu denen äußert er sich nicht. Das ist halt echt dann wieder so eine Nebelkerze, um dann zu sagen, naja, ich stelle mich ja auch nicht als fehlerlos da, natürlich mache auch ich Fehler, aber wie gesagt, das ist einer, das ist echt der einzige Fehler, glaube ich, den man ihm halt überhaupt nicht vorwirft einfach, weil es viele, viele andere gibt, die viel drastischer gewesen sind. Zum Beispiel, dass er halt einen, wie Reschke halt dann halt zu lange hat machen lassen und auch noch viele andere Sachen. Das ist halt auch wieder so eine Taktik, die so ein bisschen Ruhe reinbringen soll, alles so ein bisschen runterkochen, aber ich glaube, das funktioniert halt auch nicht mehr, weil die Leute sehen halt diese Statements, die da halt dann abgedruckt werden überall und denken, ja, das haben wir jetzt schon so oft gehört, aber darum geht es doch eigentlich gar nicht und das macht dann irgendwie eigentlich nur noch wütender, anstatt irgendwie das Gegenteil zu bewirken. Eine weitere Aussage von ihm, passt da vielleicht ganz gut dazu, zum Thema Reschke, und zwar sagte Wolfgang Dietrich, vom ersten Spieltag an ist eine Situation eingetreten, dass der Zusammenhalt zwischen dem Trainer und dem Sportvorstand nicht optimal funktioniert hat. Man kann sagen, den Trainern. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, haben sich Michael Reschke und Taifun Korkut und auch Michael Reschke und Markus Weinzier nicht besonders gut verstanden. Ja, so das interpretiere ich auch so. So, dann frage ich mich natürlich, wie kann es denn dann sein, wenn es da irgendwelche Animositäten gibt zwischen Sportvorstand und Trainer, dass du im Sommer noch verkündest, dass das dein Mann für die nächsten Jahre ist, du den Vertrag verlängerst mit dem kompletten Trainerteam und ja, eigentlich wenige Wochen später dann merkst du, nee, also so kann, das kann mit dem Menschen eigentlich überhaupt nicht. Also es muss ja so schlimm gewesen sein, Dietrich führt es ja noch aus, es muss ja so schlimm gewesen sein, dass das wirklich eskaliert ist. Er sagte, das führte dann dazu, dass es bei bestimmten Themen, warte mal, wie hat er das geschrieben? Ich habe das nur ja als Zitat kurz rauskopiert, dann, denn das führte dazu, dass bestimmte Themen, die man hätte aufteilen können, sicher nicht alle optimal gelaufen sind. Letztendlich sind einige Dinge eskaliert. Also aufgrund dessen, dass sich Reschke und Korkut nicht gut verstanden haben, konnte man sich Aufgabenfelder nicht so aufteilen, wie man sich das eigentlich dachte und Dinge sind eskaliert. Ich meine, das ist ja schon eine heftige Wortwahl vom Präsidenten. Mehr und vor allem ist er halt in seiner Funktion als Aufsichtsratvorsitzender, muss er den Vorstand beaufsichtigen. Also der Michael Reschke dann ja war und da muss der Aufsichtsrat einschreiten und man kann doch jetzt nicht sich nach einer, nach der schlimmsten Saison der Vereinsgeschichte hinstellen und sagen, naja, der Sportvorstand, das war halt eine völlige Krampe und der hat sich halt mit den beiden Trainern überhaupt nie verstanden und dann fragt sich er aber, warum wird denn der Vertrag mit Taifung Korkut verlängert, warum wird dann die Klausel aus dem Reschke-Vertrag rausgestrichen? Also eins von beiden muss ich sagen, entweder der Trainer bleibt und der Sportvorstand ist der falsche oder andersrum. Aber so wie sie gehandelt haben, schien ja alles wunderbar. Also alle kriegen Verträge, Michael Reschke darf 40 Millionen für Transfers ausgeben und darf dann im Winter nochmal nachlegen und Spieler kaufen, den der VfB überhaupt nicht benötigt. Also und da muss man ja sagen, wenn das wirklich alles so schlimm war, warum hat dann der Aufsichtsrat nicht eingegriffen? Weil das wäre ja seine Funktion, weil ich glaube ja nicht, das ist die Funktion oder die Aufgabe eines Aufsichtsrat-Vorsitzenden oder des Präsidenten des e.V. ist ein Sportdirektor zu suchen. Das ist nicht seine Aufgabe. Also er macht das beim VfB anscheinend, aber das ist eigentlich nicht das, was er machen sollte, sondern er soll halt gucken, dass die Vorstände keinen Quatsch machen. Das macht der Aufsichtsrat und das scheint ja dann auch nicht passiert zu sein, wenn man das jetzt so im Nachhinein raushört. Er hat ja seinen Job sogar noch beschrieben. Er meinte, mein Job ist es, nee, mein Job ist, jetzt zu schauen, dass wir die Weichen stellen, damit es in geordnete Bahnen weitergeht. Ich habe keinen Zweifel, dass wir als VfB Stuttgart diesen Abstieg vernünftig überstehen. So, da kann man sich natürlich jetzt auch fragen, wieso ist denn jetzt erst dein Job, den VfB mehr oder weniger wieder nach dem Entgleisen auf die Schienen zu stellen? Du hättest doch davor schon dafür sorgen können, dass man gar nicht erst in die Situation kommt. Ja genau, sein Job ist es gewesen, zu verhindern, dass der Abstieg dann am Ende als Bilanz dasteht. Das ist sein Job gewesen und die Leute einzustellen, die das hinbekommen und das ist ja nicht geschehen einfach und jetzt zu sagen, ja ich habe jetzt irgendwie hier richtig Mist gebaut, aber ich bin genau der Richtige, um das wieder total gut zu machen, wer glaubt denn das einfach? Also kann ich mir nicht vorstellen, dass... Sorry, die Jobbeschreibung, die er hier abgegeben hat, passt ja letzten Endes zum Jahr 2016, als er hierher gekommen ist als Präsident und Aufsichtsrat, Vorsitzender später, 2017. Also da passt das vielleicht, aber zur aktuellen Situation passt das ja überhaupt nicht und das ist halt auch wieder genau, was du vorhin gesagt hast, er gibt Fehler zu, allerdings, oder er sagt, er hätte da und da gar nichts falsch gemacht und führt Dinge an, die man ihm eigentlich gar nicht vorwirft und dann haut er halt solche Sätze raus, die im ersten Moment so klingen, wie er krempelt sich die Arme hoch, die Ärmel, nicht die Arme, aber die Ärmel hoch und packt jetzt mit an. Dabei sind das alles Dinge, die hätten schon viel früher passieren müssen, damit es gar nicht so weit kommt, wie es jetzt gekommen ist. Und ich wundere mich da und da möchte ich nochmal einen kleinen Schwank zurück auf Groß Asbach machen, dass das bei vielen Fans und Mitgliedern gar nicht so ankommt. Denn das, was ich aufgeschnappt habe gestern, war, dass der Großteil der Fans, die zumindest in Groß Asbach waren, nicht allzu viele Probleme mit Wolfgang Dietrich haben. Und ich habe es ja hier schon mal gesagt, wenn ich so auf der Arbeit oder im privaten Umfeld mit Leuten spreche, dann hört man ganz oft den Satz, ja jetzt ist halt Dietrich wieder der Schuldige. Zuerst war es der Trainer, dann war es der Reschke, dann war es irgendein Spieler und jetzt ist es auf einmal der Dietrich. Das wird sich ja nichts ändern, wenn der jetzt geht. Und da muss ich ehrlicherweise gestehen, da gebe ich den Leuten wahrscheinlich sogar recht, dass wenn Dietrich geht, kommt halt irgendeine andere Marionette vom Daimler. Aber im Prinzip kommt das bei vielen Leuten gar nicht so an, dass Michael Reschke, Quatsch, dass Wolfgang Dietrich hier einige Fehler macht. Es ist halt auch die Frage, wie man da für mehr Aufmerksamkeit sorgen kann unter den Fans und Mitgliedern. Ist das alles zu komplex? Ich glaube, es ist einerseits zu komplex und andererseits macht er es halt natürlich auch einfach gut. Der VfB macht es gut, also das machen sie dann wirklich gut. Dann gibt es halt hier, es nennt sich tatsächlicher Austausch mit Medienvertretern. Ich lese hier in dem Ding keine einzige Frage von einem Medienvertreter. Also ich lese halt nur irgendwelche Statements, die man sich halt vorher ausgedacht hat und die halt dann wunderbar rüberkommen. Und das machen sie gut. Und wenn man da halt nicht im Thema drin ist und tief im Thema drin ist und ziemlich genau Bescheid weiß und die Sache halt schon die ganze Saison über verfolgt und den Blick hat, dann würde ich sagen, dann kauft man das auch relativ schnell, was da gesagt wird und fragt da nicht mal nach. Und sagt nicht, naja gut, jetzt mit dem Sportdirektor, aber was ist jetzt mit der Klausel vom Reschke, die Dietrich dann irgendwie rausgestrichen hat? Warum auch immer? Also warum hat er das denn gemacht? Solche Sachen stehen natürlich nicht drin. Ja und sie kommunizieren da aus ihrer Sicht, glaube ich, gut. Ja und der, ich nenne es mal so, mittelmäßig an Vereinspolitik interessierte Fan, der wird das dann so zur Kenntnis nehmen und auch so glauben, wie es da steht. Ja, er sagt ja auch, um das nochmal hier anzubringen, Wolfgang Dietrich, ich verstehe, dass die Leute jetzt einen Prellbock brauchen und ja, er ist hier in Stuttgart Präsident und er rennt mehr oder weniger nicht davon, wenn ihm einmal der Wind etwas stärker ins Gesicht bläst. Das ist ja auch wieder so diese, ich stelle mich dem jetzt, ich versuche, alles was ich kann dafür einzusetzen, dass es dem Verein bald wieder besser geht und ich glaube, das reicht vielen dann auch erstmal als Erklärung. Ja absolut, aber wie gesagt, das ist halt gut kommuniziert, er begibt sich da quasi in die Opferrolle und sagt, naja klar, jetzt sind die Leute halt total frustriert wegen des Abstiegs und wenn sie jetzt irgendwie ein Feindbild brauchen, meine Güte, dann sollen sie halt mich nehmen, ich kann es halt ab, ich bin ein harter Hund, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja wirklich um seine Person beziehungsweise die ganzen Führungsstrukturen, die es beim VfB geht, darum geht es ja und nicht darum, dass die Leute jetzt irgendwie total sauer sind, dass der VfB abgestiegen ist, sondern also ich glaube, viele haben ja schon verstanden, dass die Gründe dafür einfach tiefer liegen. Noch was hat mich Herr Hörig gemacht und zwar eine weitere Aussage von Wolfgang Dietrich, genau jetzt braucht man doch Führung und Geschlossenheit und ich bin stolz darauf, dass wir das in allen Gremien haben. Das klingt erstmal gut, aber wenn man sich darüber Gedanken macht, ist es vielleicht gar nicht so gut, dass man wirklich Einigkeit und Geschlossenheit in allen Gremien vorfindet, denn es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn es, ich sag mal, Leute gibt, die vielleicht ein bisschen querdenken und auch Dinge hinterfragen. Das muss jetzt nicht immer gleich heftige Kritik sein in Richtung Dietrich, es kann ja trotzdem sein, dass das komplette Gremium hinter dem Präsidenten steht, aber trotzdem diverse Dinge anders sieht oder zumindest Antworten erwartet. Findest du, das ist ja mittlerweile echt so ein Running Gag, dass beim VfB ja alle, wirklich alle Entscheidungen offensichtlich einstimmig beschlossen werden, also wirklich alle und auf Twitter schrieb auch jemand, man muss sich überlegen, also alle Gremien haben einstimmig beschlossen, dass Jan Schindelmeister irgendwie keinerlei Ahnung hat und sofort irgendwie weg muss und danach zwei Jahre später wurde dann jetzt einstimmig beschlossen, dass Michael Reschke in der Saison alles richtig gemacht hat, also ja, das ist halt irgendwie wie schwierig, also auf diese Geschlossenheit und diese Einstimmigkeit, das ist dann mittlerweile halt auch einfach nur noch so ein Begriff, weil es ist beim VfB einfach so, weil es gibt niemanden, der mal da was anderes sagen würde oder jedenfalls taucht er es dann nie bis in die Öffentlichkeit, das ist so ein weiteres Merkmal, finde ich, der Entscheidungen, die getroffen werden. Aber da sollte aus meiner Sicht der Hebel angesetzt werden, dass im Aufsichtsrat irgendwie, also es reicht wahrscheinlich nicht eine Person, das müssten dann schon zwei sein, die zumindest mal nicht einfach nur das absegnen, was ein oder zwei Leute vorgeben, weil das ist der Eindruck, den ich jetzt habe, ja, dass es halt wirklich zwei, vielleicht sogar drei Leute gibt, die da Dinge durchsetzen und alle nicken das ab und dann darf ein Herr Ohliger auch noch sein Statement zur sportlichen Situation abgeben, einmal alle drei Jahre und alle denken, ja gut, also das ist ja die Sportkompetenz jetzt im Aufsichtsrat und wenn der das sagt, dann muss das schon stimmen. Ich finde es auch schade, dass er das mit sich so machen lässt, weil ich finde das cool, kann ich nicht beurteilen, aber es kam für mich so rüber, als ob man den Ohliger jetzt da bei der Stellungnahme eingesetzt hat, ja, um zu symbolisieren, schaut mal hier, die Legende, sportlich, ja, so, wenn der das sagt, dann muss das doch auch mal reichen und das ist alles so entlarvend einerseits, aber andererseits kannst du auch nicht direkt jetzt, du kannst daraus keinem irgendwie einen Vorwurf machen, also das ist ein genaues Problem. Auch solche Statements wie vom Ohliger oder jetzt auch in diesem Austausch, das ist halt alles so ein Geschmäckle, weiß ich nicht, Sven Mislintat äußert sich irgendwie wochenlang nicht und jetzt ist er dann bei seinem zweiten Gespräch und sagt dann, Wolfgang Dietrich hat in der vergangenen Saison weder den Kader geplant noch auf dem Rasen gestanden, so der Sportdirektor und das lese ich und dann denke ich, also ich kenne jetzt den Sven Mislintat nicht und habe ihn noch nie im Interview gesehen, aber das kommt doch jetzt nicht irgendwie authentisch rüber, also das ist doch wirklich, als ob ihm jemand einen Zettel irgendwie hingeschoben hat und sagt, du sag das mal, sag das mal bitte. Also da fällt es mir schwer irgendwie zu glauben, dass er das irgendwie aus voller Überzeugung sagt, weil es auch irgendwie eine völlig deplatzierte Aussage ist. Man will doch von Sven Mislintat wissen, hey, welche Spieler kommen, wie plant ihr, wie soll der Kader aussehen, wie tauscht du dich mit Tim Walter aus? Und dann kommt da so ein Satz, wo du denkst, der passt doch überhaupt nicht rein, was soll denn das? Ja, und wie gesagt, also mit jedem Satz, den man irgendwie liest, mit jedem Medienaustausch, mit jedem Pressegespräch, man liest das und schüttelt mit dem Kopf, also so geht es mir jedenfalls. Ja, absolut. Und man verliert immer mehr Vertrauen, obwohl man eigentlich wahrscheinlich diese Termine ansetzt, um wieder neues oder Vertrauen wieder zu gewinnen von Mitgliedern und Fans. Und bei mir entsteht genau das Gegenteil. Also ich entferne mich immer weiter von der Spitze, von der Führungsspitze des VfB und das betrifft dann leider Gottes auch wieder so Hoffnungsträger wie Mislintat und Hitzesberger, die aus meiner Sicht das Ganze halt irgendwie mitmachen. Und ich habe genau wie du das Gefühl, dass es vielleicht jetzt, vielleicht ist es auch ihre Überzeugung, aber es kommt so merkwürdig rüber, weil eigentlich dieser Satz, wie du sagst, momentan überhaupt nicht angebracht ist aus meiner Sicht von Sven Mislintat. Natürlich aus vereinspolitischer Sicht macht der schon Sinn, der Satz, aber eigentlich will ich von ihm dazu jetzt gar nicht so viel hören. Und Hitzesberger hat sich auch jahrelang, ist jetzt übertrieben, aber lange nicht zu diesem Thema Wolfgang Dietrich geäußert und sagte ja jetzt auch, wir können diese Aufgabe nur im Team schaffen und er ist Teil des Teams. Also da wird sich ja ganz klar positioniert. Und was ich halt glaube, ist, dass man schon versucht, jetzt nach außen hin einen Zusammenhalt zu symbolisieren und man denkt, okay, wenn wir jetzt geschlossen auftreten, dann setzt das vielleicht, oder dann ist das ein Zeichen in Richtung Fans und Mitglieder, die Vereinsführung steht zusammen und die Mitglieder müssen halt einfach mitmachen. Wir haben es ja letzte Woche schon besprochen, sonst könnte man ja auch wieder sagen, ja gut, wenn die Fans uns nicht unterstützen beziehungsweise die Mannschaft nicht, ist es halt auch schwer, dann perfekte Leistungen auf den Rasen zu bekommen oder ja einfach wieder neue Begeisterung für den Verein zu empfachen. Also man wälzt dann die Schuld so ein bisschen ab. Aber mir kommt das alles sehr unreflektiert aktuell rüber. Also auch nirgendwo gravierende Schuldeingeständnisse, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, das ist mir viel zu wenig von der kompletten Vereinsführung, nicht nur von einer Person, sondern eigentlich von allen. Da gibt es niemanden, der ein kritisches Wort, also wirklich so ein offensichtlich kritisches Wort mal rauslässt, sondern immer wird so verschwurbelt über irgendwelche Leute gesprochen, die schon längst weg sind. Spieler werden plötzlich in die Pflicht genommen. Da wurde lange nicht drüber gesprochen und jetzt auf einmal sind dann doch ein paar Spieler vielleicht zu hinterfragen. Das sind alles so Dinge, ach, das wirkt nicht, das wirkt nicht so, als ob man wirklich aus diesen Fehlern lernt, die man gemacht hat, die jetzt dazu geführt haben, dass man zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren abgestiegen ist. Genau, und ich denke, letztes Mal bei Abstieg waren halt irgendwie Präsident, Sportdirektor, Sportvorstand, Trainer waren alle weg. Diesmal sind sie auch alle weg, aber schon vorher quasi gewesen, bis auf den Präsidenten halt. Und es fällt einem so ein bisschen schwer, wie es dann, dass es in der neuen Saison irgendwie mit einer veränderten Denkweise weitergeht oder das hat eher einen Anschein, als ob es eigentlich nur mit anderem Personal weitergeht. Also ich denke, dass Thomas Hitzelsberger schon ein Konzept hat, wo er sagt, wir müssen vom Verein her halt Leitplanken vorgeben, wir müssen das Konzept vorgeben. Der Trainer muss das halt dann verfeinern, anpassen quasi. Aber wir sagen, wie es funktioniert und das auch dann, glaube ich, in Bezug auf Jugendspieler und so weiter, dass man sagt, ja, du kannst bleiben unter den Bedingungen und sonst, gut, dann ist er halt weg und geht dann nach Sinsheim oder nach Freiburg. Ich denke, diese Idee, die er hat, die ist gut. Die Frage ist halt, kann er sie halt so durchsetzen, wie er das gerne möchte oder stößt er dann auch wieder intern an Widerständen und sehen wir dann wieder das Gleiche, was wir schon jahrelang sehen. Das wird dann ganz spannend zu sehen sein. Also wie sich dann Hitzelsberger misslehnt hat, Walter quasi vertragen mit dem Aufsichtsrat und auch den anderen Vorständen und so weiter. Da bin ich mal gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Ja, also da bin ich genauso gespannt, vor allem, wie Sven Mislintat das mitmacht. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass er sich jetzt gedacht hat, okay, so ein paar Sätze, die muss ich halt einfach auch rauslassen, eben um Geschlossenheit zu symbolisieren. Aber man weiß ja auch aus Dortmunder Zeiten, dass Mislintat jetzt niemand ist, der ja nicht seine Meinung durchsetzen möchte. Also er ist ja auch so ein bisschen an seinem Charakter gescheitert in Dortmund. Mit Sicherheit sind da zwei aufeinander getroffen mit Mislintat und Tuchel, die beide sehr, wie soll man sagen, kraftvolle Charaktere sind. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass Mislintat das nicht ewig mitmacht, dieses Affentheater hier beim VfB Stuttgart. Und da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Natürlich mit dem Erfolg, mit einem möglichen Erfolg, würde da natürlich auch wieder Ruhe einkehren. Das ist immer so. Aber nichtsdestotrotz birgt die aktuelle Situation halt immer noch so viel Gefahren, denn wir sehen es jetzt in Dortmund, in Hamburg, was passieren kann, wenn du nicht direkt wieder aufsteigst. Dir gehen noch mehr Euro durch die Lappen und plötzlich musst du mit einem Budget auskommen im zweiten Jahr, dass halt dann wirklich Budget eines Weitligisten ist. Und die Gefahr sehe ich beim VfB durchaus. Also das ist schon etwas, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und wir haben halt grundsätzlich nächste Saison, glaube ich, echt eine ganz, ganz explosive Mischung. Also schon jetzt bevor die Saison überhaupt mal das Training begonnen hat, muss man sagen, das ist eine Gemengelage, die hat es in sich. Du hast den Konflikt Dietrich gegen Versus Fans hast du erstmal. Dann hast du einen Trainer mit Tim Walter, der auch der Ruf vorauseilt, auch nicht so der Allereinfachste zu sein. Dann hast du Sven Mislint hat, der einen ähnlichen Ruf hat. Dann hast du Thomas Zitzberger, der das dann vielleicht irgendwie moderieren muss. Ja, und dann hast du dann auch doch quasi eine Erwartungshaltung, dass der direkte Wiederaufstieg klappt. Und ich bin echt mal gespannt, wie das läuft. Also ob wir dann auch dann demnächst so Spiele sehen, wie gestern in Großasbach und wir dann nach 3-1-Führung noch 3-5 verlieren. Oder ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich heiß wird und total gut werden kann. Aber dass man auch irgendwie nach sieben Spieltagen vielleicht sagt, um Gottes willen, wir müssen irgendwie alles wieder anders machen, weil so funktioniert es nicht. Also ich glaube, die Variante, die Thomas Zitzberger da gewählt hat mit Tim Walter als Trainer, ist mutig, aber birgt natürlich auch hohes Risiko. Also da holst du ja, siehst du, Hannover holt Slomka, Hamburg holt Hecking. Das ist so, wie wir damals Luhu-Kai dann geholt haben. Da hast du, denke ich, einfach eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass die Saison kein Fiasko wird und dass du da auch aufsteigst. Es ist halt total langweilig und vorhersehbar und auch wahrscheinlich keine Lösung von Dauer, aber es ist so eine safe Variante und die haben wir jetzt mit Tim Walter meines Erachtens überhaupt nicht, was nicht heißen soll, dass das ganz großartig werden kann. Ja, also ich habe da, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich Erwartungen habe an Tim Walter, weil ich kenne den Kader noch nicht, wie der letzten Endes aussieht und ich bin einfach mal gespannt, was er für Ideen hat, ob das so funktioniert, aber jetzt so ganz konkrete Erwartungen habe ich eigentlich nicht. Ich will natürlich unbedingt wieder aufsteigen, ist ja klar, aber auf der anderen Seite und die Gedanken habe ich mir gestern auch gemacht, bin ich vielleicht auch bereit zu sagen, okay, wenn man jetzt, wenn man jetzt wirklich die Mannschaft umbaut und auf Jugend setzt und es reicht dann letzten Endes nicht, aber nicht, weil man Fehler gemacht hat, sei es jetzt durch Spielerverpflichtungen oder zum dritten Mal ein Trainer wechselt in einer Saison, dann ist es vielleicht auch so. Also wenn man wirklich das Konzept verfolgt und das vielversprechend ist und man halt einfach Lehrgeld bezahlen muss in der ersten Zweitligasaison dann, wäre ich glaube eher bereit, das Ganze mitzutragen, als wenn das wieder so ein kurzfristiger Erfolg wird wie nach dem letzten Aufstieg. Obwohl ich weiß, dass es natürlich finanziell eine Katastrophe wäre, nochmal ein zweites Jahr als zweite Liga. Genau und ich glaube, es ist auch nur irgendwie so ein theoretisches Gedankenkonstrukt, weil der Trainer beim VfB, der nach dem Abstieg halt den Wiederaufstieg nicht schafft, wird keine zweite Saison haben. Da müssen wir nicht drüber reden. Also wenn du nach zehn, zwölf Spieltagen da irgendwie Achter, Siebter, Zehnter bist, dann wird der VfB den Trainer wechseln und es wird niemand beim VfB sagen, wir sind überzeugt von dem, was Tim Walter macht. Wir wollen jetzt mit jungen Spielern, aber es wird halt wahrscheinlich zwei Saisons dauern und er ist unser Trainer, auch wenn er den Aufstieg nicht schafft. Aber dieses Statement wird es nicht geben und es ist klar, wenn er keinen sportlichen Erfolg hat und nicht unter den Top 3, 4 steht, dann wird es wie immer so sein und wir haben dann im Herbst einen neuen Trainer halt. Muss man sich ja schon mit abfinden. Das ist viel Arbeit für Tim Walter, viel Arbeit für Thomas Hitzesberger und Sven Mislintat. Es wird spannend zu sehen sein, wie es dem VfB dann in der zweiten Liga ergeht und vor allem mit welchem Personal. Dann kommen wir ganz kurz zum Abschluss noch mal zu einem kleinen Transfer-Update. Das haben wir euch ja versprochen, dass wir in der Sommerpause immer mal wieder über Transfers sprechen beziehungsweise euch mitteilen, was es so für Gerüchte gibt. Die meisten kennt ihr natürlich aus diversen Foren und Webseiten, die darüber ständig berichten. Nur noch mal kurz, falls ihr nicht mehr alle bislang feststehenden Zugänge auf dem Schirm habt, fasse ich das noch mal ganz kurz zusammen. Matteo Klimovic wurde verpflichtet, 18-jähriger offensiver Mittelfeldspieler. Der kommt aus Argentinien, aus der zweiten argentinischen Liga von Cordoba für 1,5 Millionen Euro, hat einen Vertrag bis 2024. Über den Spieler selber kann ich eigentlich gar nichts sagen, weil ich überhaupt nicht weiß, was uns da erwartet. Scheint ein großes Talent zu sein. So, Atakan Carrazzor von Holstein Kiel, 22 Jahre alt, über den haben wir schon ein bisschen gesprochen, als der Daniel von, na, sagt mir kurz, wie heißen sie? Textilvergehen. Textilvergehen. Alles an der Ketten, ja. Genau, als er zu Gast war, scheint ein vielversprechender Spieler zu sein. Ich habe jetzt in einem Kiel-Forum allerdings gelesen, dass Carrazzor zwar schon wehtut, der Abgang, aber der gute Janik Dehm würde den Kielern noch viel mehr wehtun, wenn der auch noch hier nach Stuttgart kommen würde. Der ist ja auch im Gespräch, da gibt es schon lange Gerüchte und das sei wohl der wichtigere Spieler für die meisten Kieler. Nichtsdestotrotz hat sich das, was Daniel erzählt hat, ja relativ vielversprechend angehört, was Carrazzor angeht. Also das scheint ja schon ein technisch versierter und trotzdem robuster Zentrumspieler zu sein, der ja vielleicht so jemanden wie Christian Gentner beerben könnte beim VfB Stuttgart. Habe ich zumindest so verstanden, oder? Ja, ja. Also das ist gleich ein weiteres Gerücht, das man ja in den letzten Tagen häufiger hört, dass Christian Gentners Vertrag nicht verlängert werden soll. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich Hitzisberger, Sven Mislentat und bestimmt auch der ein oder andere Berater heute zusammengesetzt und darüber zumindest mal diskutiert, wie es weitergeht für die drei Spieler, deren Verträge auslaufen. Also Aogo, und natürlich Andi Beck und Christian Gentner. Müssen wir mal abwarten. Ich denke mal, im Laufe der Woche werden wir da Klarheit haben, wer von diesen dreien, wenn überhaupt einer, beim VfB bleiben wird. Die letzte Neuverpflichtung, über die haben wir auch schon so ein bisschen gesprochen, ist Philipp Klement. Sebastian hat passenderweise gesagt, das ist unser Simon Terodde, 2.0. Tor gefährlicher. Wobei ich bin ja auch belehrt, dass wir da eigentlich dem Simon Terodde ein bisschen Unrecht tun, weil der natürlich fünfmal so viele Tore geschossen hat, auch über Jahre hinweg. Also ich glaube, Klement hat, ich habe es jetzt im Kopf, 16 Tore geschossen oder so in der vergangenen Saison. Also der weiß, wo das Tor steht, aber noch nicht in den Kategorien eines Terodde knipst aktuell. Aber das kann er bei uns dann ja nachholen. Er hat es noch nicht kontinuierlich nachgewiesen, aber es ist zumindest so ein Spieler, der die zweite Liga kennt, der, wie du sagst, Tore erzielt und ja, einfach auch so eine neue Komponente vielleicht mit reinbringt. Ein bisschen mehr Technik, ein bisschen mehr Geschwindigkeit aus der Zentrale heraus. Ich glaube, er kann auch über die Außen kommen, aber er ist hauptsächlich dafür da, wirklich dann so als falschen neuen oder im offensiven Mittelfeld zu agieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich muss mir da den Bericht von Rund um den Brustring nochmal durchlesen. Die haben heute einen neuen Artikel veröffentlicht. Da sprechen sie mit einem Paderborn-Blogger über Philipp Klement. Da gibt es bestimmt auch noch den ein oder anderen interessanten Beitrag zu diesem Spiel ab. So, das sind die drei feststehenden Neuzugänge. Es gibt auch ein paar Abgänge. Bei einem, da wissen wir noch nicht so hundertprozentig, ob er geht, Benjamin Pavard. Der wurde bislang immer noch nicht bestätigt, das Abgang vom VfB Stuttgart. Aber ich glaube, er hat sich ja auf Instagram von den VfB-Fans verabschiedet. Damit gilt der Abgang als offiziell. Wir warten jetzt nur noch irgendwie drauf, dass es heißt, er hatte irgendwie noch eine Klausel im Vertrag, dass er bei Abstieg nicht für 35, sondern für 3,5 Millionen geht. Oder ich weiß es nicht. Glaubst du das? Nee, ich halte nichts für ausgeschlossen, weil jetzt bei jeder Personalie, die ans Licht kommt, ist noch irgendeine Klausel mit drin gewesen und keine zum Vorteil des VfB. Also mich würde es nicht wundern. Aber ich, bei ihm glaube ich, es ist noch am wenigsten, dass da noch irgendwas, dass da uns noch ungemacht droht. Aber er ist auf jeden Fall weg, das hast du ja schon richtig gesagt. Und ja, seinen neuen Verein findet er dann am anderen Ende der A8 in München. Gut. Ein weiterer Spieler, der das Weite sucht, ist Alexander Esswein. Von mir geschätzt und lieb gewonnen. Leider Gottes muss Axel jetzt gehen. Zurück zur Hertha. Ist das jetzt fix? Noch nicht bestätigt. Weil er hat Thomas Hitzberger nicht gesagt, also die Option gilt tatsächlich nicht für die zweite Liga. Da muss man noch mal miteinander reden oder da muss man noch mal handeln oder was weiß ich. Aber das klang jetzt nicht wie, gut, dann ist er halt weg, sondern, hm. Also folgendes ist laut Bild Berlin fix. Ante Czovic, der neue Trainer, der Herthaner, war ja Regionalliga-Trainer, der Hertha U23 haben die glaube ich noch, oder? Das ist eine U23, die sie haben, die in der Regionalliga gespielt hat. Und da hat sich ja Alex Esswein zur Verfügung gestellt, dass er da mitspielen möchte, als er von Pardada überhaupt nicht mehr berücksichtigt wurde für den ersten Kader. Und das hat, wo Czovic schon so ein bisschen begeistert, dass ein Spieler bereit ist, mit runter zu gehen, nur um halt eben weiter spielen zu können. Und was ihm wohl auch gefallen hat, war, dass Esswein den jungen Spielern helfen wollte. Und was man jetzt so hört, ist, dass Czovic diese Mentalität gerne im Kader in Berlin hätte. Also sprich, Esswein vielleicht jetzt nicht so sehr als Spieler für die erste Mannschaft und vielleicht auch nicht unbedingt als erster Einwechselspieler, aber wichtig für den Kader. Mentalität ist da das Stichwort. Also quasi der Jens, der Jens Gral, der Hertha. Ja, vielleicht ein Mini-Gral, sagen wir mal so. Noch nicht der heilige Gral, aber der Mini-Gral. Und das macht für mich schon irgendwo Sinn. Ja, und klar, Alex Esswein wird froh sein, wenn er weiter Bundesliga spielen kann, beziehungsweise wenn er einen Bundesliga-Vertrag hat, so muss man es ja letzten Endes sagen, weil ich glaube, viel wird er nicht spielen. In Stuttgart werden seine Chancen da deutlich höher, wenn er mit in die zweite Liga geht. Und ich bleibe dabei und ich weiß, die meisten werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ein Alex Esswein in der zweiten Liga, würde uns definitiv helfen. Da bin ich mir sicher. Also so schlecht ist er einfach nicht. Und gerade diese Mentalität und so, das ist schon genau das, was uns gefehlt hat lange Zeit hier in Stuttgart. Und ja, auch in der zweiten Liga sind solche Spieler enorm wichtig. Also gut, aber es sieht danach aus, dass er zurück nach Berlin geht. Da können wir nichts machen, wenn es dann so weit käme. Genauso wenig können wir was dagegen tun, dass Steven Zuber wieder zurück nach Hoffenheim geht. Da gibt es allerdings auch schon viele Interessenten aus dem Ausland. Lazio ist interessiert an ihm. Ich habe auch, war es Berlin? Ich habe noch von irgendeinem anderen deutschen Klub gelesen, die auch Interesse haben an Zuber. Also der wird irgendwo unterkommen. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Dass so ein Spieler nicht mit in die zweite Liga geht, wundert mich nicht. Die nächsten drei, zumindest bei einem, würde ich mal gerne wissen, wie du das findest, nämlich Anto Grigic, der beim FC Zion bleibt. Es war eigentlich immer für mich ein Spieler, der noch enorm viel Potenzial hat, aber vielleicht noch nicht ganz so stark war, um in der ersten Liga direkt schon eine Rolle zu spielen. Aber jetzt für die zweite Liga, warum nicht? Also wie siehst du die Personalie, Grigic? Ist es für dich okay, dass er den Verein verlässt? Oder hast du da ein bisschen was? Ja, okay. Also gerade, wenn man auch sieht, auf was für einen Fußball Tim Walter dann setzt, hat er da, glaube ich, einfach andere Qualitäten. Ich glaube, er ist in der Speiser Liga schon ganz gut aufgehoben mit seinen Qualitäten und Defiziten, die er damals jedenfalls beim VfB gezeigt hat. Okay, also der Abgang tut ja nicht weh. Hans-Nunusapai wird ja wahrscheinlich eh nicht gehen, dass das nicht so schlimm ist, dass er in Fürth bleibt. Gut, das sehen wir dann ja wahrscheinlich wieder, wenn er dann für Fürth dann spielt. Wenn er mal fit ist. Ein Wiedersehen. Und genauso wahrscheinlich Alexander Mayer, der nach Regensburg gehen wird. Genau, nachdem er für den VfB genau null Minuten gespielt hat, oder? Aber einmal gut gegen uns gehalten hat im Dekwinkokal. Wahnsinn. Ja, tolle Karriere. Gut, dann gibt es auch... Das ist übel, so als dritter Keeper. Ich meine, das ist jetzt dann auch nicht so unwahrscheinlich, wenn du von Cottbus kommst und kommst als dritter Keeper dann nach Stuttgart, ja, dann hast du halt deinen zwei, drei Jahre Vertrag und dann kann es sein, am Ende der Vertragslaufzeit hast du halt irgendwie keine Minute gespielt und das ist ja jetzt nicht mal komplett aus der Welt, sondern halt der wahrscheinliche Fall irgendwie schwierig. Ja, da hätte ich auch mal gern gewusst, was damals mit ihm besprochen wurde, ob er als Nummer zwei verpflichtet wird oder was da geplant war, weil dann kann man sich ja wenigstens noch so als junger Torhüter überlegen, vielleicht verletzt sich der Zieler mal und dann kann ich einspringen oder so, aber wenn du wirklich als Nummer drei als junger Torhüter dann wechselst, das ist schon auch fast schon Ulreichesk. Ja, also, der als... Sag ich meine, Entschuldigung, der als Nationalspieler, also, sorry. Dritter Torhüter bei der Nationalmannschaft, könnte auch Holger Laser werden. Grüße, Holger. Gut, es gibt noch ein paar Gerüchte, die wir gar nicht so detailliert kommentieren, aber nicht unerwähnt lassen. Das gehört halt einfach zum Transfer-Update dazu. Also, über Christian Gentner und seine zwei Kumpanen haben wir schon gesprochen. Da gibt es aktuell keine neue Meldung. Es heißt, dass Gentners Vertrag wohl nicht verlängert wird. Zumindest berichtet das die Bild-Zeitung. Man hört von anderen Verlagen, dass das noch überhaupt nicht dingfest wäre. Man würde weiter miteinander verhandeln. Also, da werden wir jetzt einfach mal abwarten. Ich denke mal, spätestens Ende der Woche wird es da mehr zu geben. Dann gibt es im Transfermarkt-Forum die Meldung eines Users, dass Robert Glatzel und der VfB Stuttgart sich geeinigt hätten. Und jetzt hängt es ein Stück weit daran, dass Heidenheim noch zu viel Geld vom VfB für Robert Glatzel verlangt. Kurze Einschätzung von dir. Glatzel ist das jemand, der beim VfB den nächsten Schritt gehen kann? Weil bei ihm bin ich mir ähnlich wie bei Clement noch nicht ganz so sicher, ob das so eine brutale Verstärkung ist wie damals eben Simon Terrolle. Ja, sieht ja aktuell schon so ein bisschen aus, als ob man sich jetzt da einen guten Zweitliga-Kader zusammenstellen will. Also, jetzt kauft man ja quasi so Best-of zweite Liga der letzten Saison. Ob das jetzt besonders kreativ ist, weiß ich nicht. Ob die Spieler hier den nächsten Schritt gehen, wäre mal was Neues, weil viele haben es halt nicht geschafft. Die gehen ja meistens wieder eher einen Schritt zurück. Also, muss man sich überraschen lassen. Da kann ich jetzt echt schwer was zu sagen. Aber so die Transfers oder die Namen, die da gehandelt werden, die sind halt alle so ein bisschen unkreativ. Jetzt mal Klimowitz mal vorab. Aber du kaufst jetzt einfach so die Besten der letztjährigen Zweitliga-Saison. Und das ist ja dann im Gegensatz zur Trainerpersonale eine relativ risikoarme Nummer eigentlich. Würdest du eine andere Variante bevorzugen? Also, dass man irgendwie sagt, okay, wir gucken, was weiß ich, nach Südamerika oder weiß ich nicht, was es für Optionen gibt, irgendwie von Bayern und München die zweite Mannschaft einfach mal komplett durchflügen. Ob es da irgendwelche Talente gibt, gäbe es für dich eine Alternative zu? Nee, ich glaube, es muss einfach eine Mischung sein. Also, das sind jetzt ja auch nur zwei Namen mit Klement und Caruso. Bisher zwei Neuverpflichtungen und wenn man überlegt, der Umbruch wird ja weitaus größer sein. Das werden ja noch einige Spieler kommen und da muss man dann mal abwarten, kommen die halt alle dann wirklich aus der zweiten Liga oder guckt man dann doch noch mal verstärkt irgendwie nach Südamerika und baut dann die Argentinier-Fraktion noch stärker aus oder kommt auf einmal dann, weiß ich nicht, Norweger, Schweden und Weißrussen oder so. Also, muss man mal abwarten. Ich finde, das ist noch zu früh, jetzt da einen Überblick zu haben, in welche Richtung das geht. Aber es scheint ja wirklich so zu sein, dass man halt verstärkt in die zweite Liga geguckt hat. Wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass man halt viele Sachen dann schon wusste, als man noch gar nicht wusste, in welcher Liga man spielen wird. Wo ich mir halt ein bisschen Sorgen mache, ist, wenn du so Spieler holst wie Glatzl, dass dann vielleicht unsere Nachwuchsspieler, die sich in der zweiten Liga weiterentwickeln könnten, dann einfach nicht die Chancen bekommen, die sie vielleicht bräuchten, um eben den nächsten Schritt zu machen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, wird Dayaku nicht fest mit in den Profikader wechseln. Also, sprich, er wird weiterhin für die U19 auflaufen, auch in der kommenden Saison. So hat sich das zumindest in einem Interview angehört, das er nach dem Finale gegeben hat. Aber ja, da werden wir mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen etwas mehr erfahren. Also, da bin ich mal gespannt, wer dann letzten Endes aus der U19 noch mit nach oben rutscht. Und Sven Mislentard hat bei dem Pressetermin gestern auch angekündigt, es gibt noch, ich glaube, drei oder vier weitere Spieler, die man im Köcher habe. Also, da wird schon noch was passieren. Auch auf der Torwartposition ist man sich ja noch nicht ganz so sicher, ob es letzten Endes dabei bleibt, dass Ron Robert Zieler die Nummer eins ist hier in Stuttgart. Er hat sich da so ein bisschen bedeckt gehalten. Ich habe jetzt gelesen, er fordert eine Stammblatzgarantie. Also, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also, von allen Spielern, die zur Wahl sind. Ist er in der Stammelfler? Also, das ist jetzt sofort ein bisschen komisch halt. Ja, wahrscheinlich hat das wieder irgendjemand sich ausgedacht. Das ist eben das Problem in der aktuellen Phase, dass man nie so richtig weiß, ist das irgendein Zwölfjähriger, der sich gerade kaputt lacht, wenn er was ins Forum tippt? Oder sind das wirklich Leute, die irgendwas wissen? Das ist halt einfach in der heutigen Zeit so, dass man da sehr vorsichtig mit Gerüchten sein muss. Über Yannick Dehm haben wir schon gesprochen. Das wäre ja zum Beispiel ein Spieler, da würde ich mich freuen, wenn er zum VfB kommt, weil er wirklich verheißungsvoll ist und in Kiel, wie gesagt, alle von ihm schwärmen. Deswegen hätte ich schon Bock drauf, ihn hier zu sehen. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn man mit Andy Beck verlängert. Ich glaube, das ist eine sehr solide Variante als Rechtsverteidiger, vor allem in der 2. Liga. Besprechen wir aber jetzt nicht nochmal gesondert. Heute gab es noch die Meldung, dass Santiago Azcaciba von Sanit San Petersburg umwirben wird, die ihn 2017 schon mal verpflichten wollten, da allerdings nicht genügend Kohle hatten. Man mag es kaum glauben. Jetzt hat man wieder genug Kohle, weil man sich für die Champions League qualifiziert hat. Kurze Frage, wie siehst du die Zukunft von Santiago Azcaciba? Glaubst du, dass man ihn halten kann oder ist der eigentlich schon zu gut für die 2. Liga? Ob er zu gut ist für die 2. Liga, weiß ich jetzt nicht. Also es ist bei ihm, er hat es in der Hand. Also und wenn jetzt dann die, natürlich die Option hast, entweder ich spiele Champions League oder ich spiele halt in Sandhausen, da brauchst du halt echt gute Argumente, ihn davon zu überzeugen, halt in Stuttgart zu bleiben. Da kann ich ihn jetzt persönlich nicht einschätzen, aber er schien jetzt ja niemand zu sein, der irgendwie beim erstbesten Angebot dann sofort die Koffer packt und weg ist. Also ich habe da Hoffnung, dass er bleibt, obwohl er dann hier auf irgendwelchen Dorfsportplätzen dann tatsächlich spielen muss. Aber wenn da ein Angebot kommt und er möchte halt weiter hochklassig spielen, dann ist er weg. Also wie so viele, das gilt ja für fast alle aus der Mannschaft. Ja, aber ich denke, da muss schon ein vernünftiger Verein kommen, der wirklich Ambitionen hat, international zu spielen, dass Santiago Ascaciba geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie nach Mainz wechselt oder Augsburg oder so. Ja gut, die Sache ist ja auch, wie dann spielt er halt mit in die St. Petersburg Champions League, aber während dir dann hier den potenziellen Neuzugängen Videos vom Fanmarsch gezeigt werden. Ich weiß nicht, was der dann, was der Zenit St. Petersburg dann zeigt, aber das musst du ja dann auch wissen, dass du da in der Liga dann ja wahrscheinlich da zwischen Sibirien und sonst wo hin und her fliegst und so weiter. Ich glaube, das ist jetzt in der Liga-Alltag wahrscheinlich jetzt nicht ganz so prickelnd wie in anderen Ländern. Also da habe ich Hoffnung, dass er bleibt. Würde mich wahnsinnig freuen auf jeden Fall. Okay, Sorgenkind Maffeo, den möchte man gerne nach Barcelona abgeben, aber natürlich nicht zum FC, sondern zu Espanyol. Allerdings der Trainer, der große Stücke auf Pablo Maffeo gehalten hat, hat inzwischen den Verein verlassen. Deswegen scheint dieses Thema Maffeo und Espanyol-Barcelona schon wieder so ein bisschen abzuklingen. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Es wird sowieso interessant zu sehen sein, wo Pablo Maffeo unterkommt am Ende. Roberto Massimo, bleib bei deinem zweiten Herzensklub, wenn man das so sagen kann. Nämlich der Amina aus Bielefeld und wie wir jetzt wissen, Frank Neubart, nein, natürlich Uwe Neuer aus der Trainer, der Bielefelder, hat angekündigt, dass er auch in der kommenden Saison eher oder auch auf Massimo setzen wird und die Probleme, warum er nicht so häufig gespielt hat, so muss man es eigentlich sagen, lagen wohl daran, dass er häufig dann kleinere Verletzungen hatte. Er war ja auch mal längere Zeit verletzt und so richtig kam er nie wieder ins Rollen nach der Verletzung. Und ja, also Massimo kommt nicht zurück zum VfB, sondern bleibt ein weiteres Jahr in Bielefeld. So, dann gibt es noch den wildernden Reschke, so möchte ich es mal sagen, der die grandiosen Ausstiegsklauseln verhandelt hat, die er jetzt vielleicht selber ziehen könnte. Zum einen bei Marc-Oliver Kempf, der irgendwas zwischen 6 und 7 Millionen Euro kosten würde, wenn man ihn verpflichtet. Und bei Kabak ist es ja bekannt, dass es 15 Millionen sind und da hieß es in der letzten Woche, dass Reschke wohl an beiden Innenverteidigern Interesse habe. Wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, sucht Schalke nur für einen Innenverteidiger und Kempf und Kabak sind nur, ja, weitere Kandidaten. Ich glaube, Ayan von Düsseldorf und Friedrich von Union Berlin stehen noch vor den beiden auf dem Wunschzettel von Michael Reschke bei Kabak hat man heute auch gelesen, dass die Bayern jetzt wieder Interesse haben sollten und versuchen, diesen Spieler halt zu verpflichten und dann wahrscheinlich weiter zu verleihen. Arsenal, ManU, Tottenham, also bei Ozan Kabak hört man letzten Endes jeden Verein, der nur halbwegs... Naja, das wäre ein Wunder, wenn wir den weiter in Stuttgart sehen, damit darf man eigentlich nicht rechnen und man muss ja dann aus einer Sicht auch sagen, er wäre ja auch eigentlich blöd, wenn er dann hier bleibt, also nicht nur wegen des Geldes, aber wenn er halt Bundesliga spielen kann, international spielen kann, überall spielen kann und darauf sich aufmerksam machen kann und da auch irgendwie besser zu werden, dann sollte er ja den Schritt ja eigentlich auch machen, da kann man ja auch wirklich gar keine Vorwürfe machen, weil es ja auch niemand, der irgendwie aus der eigenen Jugend kommt, sondern es ist halt ein halbes Jahr in Stuttgart, ist irgendwie super schnell zum Leistungsträger und auch zur Identifikationsfigur geworden, weil er sich irgendwann so reingehauen hat, aber trotzdem wäre das für ihn ja nur wünschenswert, wenn er halt irgendwie weiter so weit oben wie möglich spielt und dann noch besser wird, als er jetzt ohnehin schon ist. Ja, gerne im Ausland, also es muss nicht unbedingt im Ausland sein. Ja, gerne im Ausland. Ich will das nicht mitverfolgen, wie er zu einem der besten Innenverteidiger der Welt wird. Genau, genau. Ja, also der war eigentlich schon zu gut für einen Abstiegskampf und in der Zweite Liga kannst du dem nicht antun, dem Jungen, also das, ne, wahrscheinlich wird er gehen. So, letztes Gerücht, Leo Weinkauf, mein lieber Sebastian, sagt dir der Name was? Ja klar, der ist doch Torwarttalent aus Hannover oder so. Dritter Torhüter bei Hannover 96, ganz genau. Wer ist der? Ist der noch irgendwie ganz jung oder so mitteljung? Also wird er dann quasi der neue Alexander Mayer? Ich glaube, da gibt es keine offiziellen Angaben übers Alter bei dem Spiel. Was? Warte, ich muss nämlich gucken, ich google noch, ich dachte, ich überbrücke das einfach mal mit Ehrlichkeit. 22, 22 Jahre wird aber jetzt 23, also der ist... Also ist jetzt auch kein, 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 ach, das ist doch... Für die heutige Zeit ist das fast schon kurz vorm Karriereende. Also, ja ist 23... Die machen ja bis 29 vielleicht noch, aber nee, weiß ich, das verstehe ich dann auch nicht so ganz. Ja, es deutet vieles darauf hin, dass er hier nach Stuttgart kommt, also in Hannover ist man eigentlich überzeugt von ihm, aber er kommt halt nicht so richtig zum Zug. Aber ich habe jetzt von ein paar Leuten oder habe gelesen auf Twitter, dass der eine oder andere den ganz gut findet in Hannover, da weiß man ja auch noch nicht, ob der, wer ist der Torhüter von Hannover, der aktuelle? Ach, Esser, der wird wahrscheinlich glaube ich auch nicht mit runtergehen, Der hat ja auch ziemlich gut gehalten. Und da haben viele schon geschrieben oder einige geschrieben, dass der Weinkauf dann noch eine Option wäre für Hannover. Man sollte ihn vielleicht nicht abgeben, bevor man nicht weiß, was mit Esser passiert. Also, es scheint jetzt nicht der Schlechteste zu sein und ja, keine Ahnung, was er sich jetzt hier in Stuttgart erhofft, aber für mich ist es jetzt nicht der legitime Nachfolger von Ron Robert Ziele oder dergleichen. Da habe ich immer noch Hoffnung, dass jemand aus Dresden vielleicht bei uns vorbeischaut, aber ich glaube, das wird schwierig. Nachdem er gesagt hat, er wird Bundesliga spielen, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er jetzt im VfB wechselt und sich dann die Schmähgesänge in der kommenden Saison in Dresden anhört. Also, naja, da. Gut, also, ihr merkt es ordentlich was los in der Gerüchteküche und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch noch eine ganze Weile so weitergeht. Wir werden euch da immer wieder mit ein paar Folgen auf dem neuesten Stand halten und natürlich vermelden, sobald es Neuzugänge gibt beim VfB und auch Abgänge. Wann die nächste Folge kommt, ich sage jetzt gar nichts mehr, Sebastian, ob das jetzt eine Sommerpause wird oder nicht, wird sich zeigen. Ich kann nur ankündigen, nächste Woche sind wir beide im Urlaub und übernächste Woche auch, also von daher ist es da fast auszuschließen, dass einer von uns sendet. Da habt ihr erstmal eure Ruhe, aber... Es sei denn, es sei denn, die Vertragsverlängerung mit Christian Gentner bis 2025 wird lanciert, dann machen wir eine Sondersendung aus dem Urlaub. Aber es gibt sogar eine Sonderfolge und zwar am 6. Am 6. Donnerstag, diese Woche um 19 Uhr gibt es die VfB Viererkette live in der Hauptstädter Straße in Stuttgart. Das Ganze findet in den Räumlichkeiten des Fanprojekts Stuttgart statt. Der Eintritt ist frei und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Jungs von rund um den Brustring, Brustring-Talk, Nachspielzeit und der Sebastian vom Vertikalpass und hier von STR werden dann so ein bisschen über die Rückrunde des VfB sprechen. Da gibt es ja einiges zu erzählen. Kommt vorbei, kommt vielleicht eine halbe Stunde vorher, um noch einen Platz zu bekommen. Ich bin wirklich gespannt, wie viele Leute da auftauchen. Ja, absolut. Und wer Angst hat, dass das dann irgendwie so ausufert wie manche Sendungen hier und wir dann irgendwie um halb eins da immer noch sitzen, nee, also wir haben 120 Minuten eingeplant und haben da auch Vorgaben quasi, die wir einhalten müssen. Also es wird zwei Stunden dauern, es gibt zwischendrin eine kleine Pause, es wird wieder vier Themenblöcke geben, ungefähr 30 Minuten, 19 Uhr geht es los, dann sind wir ja mit Verlängerung dann vielleicht vor halb zehn auf jeden Fall fertig. Also wer dann noch irgendwie nach Hause fahren muss oder sonst was, muss sich nicht sorgen. Das offizielle Teil geht zwei Stunden und ich denke, anschließend wird dann niemand sofort fluchtartig den Raum verlassen, sondern wir werden alle auch noch da sein. Ja, das wird ein schöner Abend, wird glaube ich lustig werden, trotz des, trotz der schlechten Saison und ja, ich freue mich drauf. Ich mich auch, ich lasse es dann, ja, du musst mir dann erzählen, wie es war und ich bin wirklich gespannt, wie viele Leute da kommen. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Ja, total. Das ist echt aufregend. Und es wird natürlich aufgezeichnet, also wer nicht kommen kann, kann sich das Ganze dann hinterher auch noch als Podcast natürlich anhören. Ja, also die von außerhalb, die müssen jetzt nicht sagen, oh shit, ich kann ja gar nicht teilnehmen. Ich müsste dann vielleicht einen Tag Urlaub nehmen. Nein, ihr bekommt das Ganze als Podcast. So, jetzt zum Schluss noch nochmal der Hinweis, es gibt immer noch Aufkleber, ihr könnt euch also bei mir melden auf Twitter, Facebook, Instagram und nach Aufklebern fragen. Ich schicke die euch gerne zu. Ich brauche dann nur eure Adresse und dann ist das kein Problem. Auf Facebook findet ihr uns unter und dann möchte ich noch sagen, falls euch es, jetzt merke ich es gerade selber, falls es euch aufgefallen ist, ich war heute ein bisschen nervös. Es ist die neue Technik. Wirklich, es macht mich ganz wuselig, dass wir hier mit einer neuen Technik aufnehmen und das hat mich an der einen oder anderen Stelle aus dem Konzept gebracht. Das wird sich natürlich verbessern. Also ich beende die Saison ähnlich wie der VfB, nämlich sehr fahrig und ohne Konzept. Aber ich verspreche euch, an unserer Seite wird in Zukunft irgendwie, weiß ich nicht, der virtuelle Sven Mislintat sitzen und uns zur Seite stehen und uns verbessern, beziehungsweise mich in dem Fall. Also sorry dafür, wenn es am Anfang ein bisschen holprig war. Vielleicht gab es auch irgendwelche technischen Probleme jetzt beim Podcast. Es liegt wie gesagt daran, dass wir jetzt hier ein bisschen was ausprobiert haben. Seht uns das nach. Wir versprechen euch, dass dieser Podcast sich spätestens zum Saisonstart wirklich top anhört. Also das ist ein festes Versprechen. Und kürzere Folgen sind auch versprochen. So. Genau, kürzere Folgen, längere Folgen. Eins hätte ich noch. Freitagabend, also Donnerstagabend Viererkette und dann Freitagabend 7. Juni, 21 Uhr, Eröffnungsspiel der Frauen-WM. Also ich habe da jetzt irgendwie, nachdem ich gestern auch U19 gesehen habe und echt jetzt von den Profis auch so ein bisschen, ich meine die Damen sind ja Profis, aber jetzt von den Männer-Profis irgendwie auch so ein bisschen die Nase voll hat nach der Saison, freue ich mich da total drauf. Die deutsche Mannschaft spielt am Samstag Nachmittag um 15 Uhr ihr erstes Spiel gegen China und die WM dauert tatsächlich auch ganze vier Wochen. Also das Finale ist erst am 7. Juli. Das heißt, wer irgendwie Fußball-Entzugserscheinungen jetzt schon hat, ab Freitag gibt es dann da vier Wochen WM satt. Also da freue ich mich total drauf. Also Fußball-Entzugserscheinungen, lieber Sebastian, habe ich seit August 2018. Das Los der VfB-Fans auf jeden Fall. Also von daher könnte es sein, dass ich mir das ein oder andere Spiel anschaue. Danke für den Hinweis, weil ich hätte das jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Gut, dann sind wir eigentlich durch und wünschen euch ein paar schöne Tage, bis man sich dann wiederhört. Danke Sebastian, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Bis dann. Ciao. Genau, bis dann. Tschüss. Jubeluapeuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteute Vielen Dank.